Oh, nur diese Panzer, die mir hier entgegen kommen, die sind ein bisschen heftig. Ja, natürlich packte ich jetzt wieder hier an der Wand fest, ja super, natürlich. Aber selbstverständlich, ich freu mich. Oh, nicht schon wieder. Ja, dieses scheiß Fiske-Buggy hier. Was bei mir auch sehr mysteriös ist, die Hubschrauber, die werden angezeigt auf der Karte. Aber wenn ich dann bei mir hochgucke, ist da nichts. Sollte man sich Gedanken machen. Ja. So, zum Beispiel hier oben ist einer, das ist ja alles soweit okay. Wer nervt denn da? So, komm, wir einmal rein. Huch. Los, fahr weiter. Oh, los, wenn ich geh doch sterben. Dankeschön. Das ist jetzt eine Sache, die hier klappt. So, los, 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 los. Ja, super. Weißt du, jetzt wussten wir auch, wie wir fahren mussten. Aber ich bin zwischendurch immer mal an den Ecken festgepackt. War ein bisschen scheiße. Aber hey, erledigt ist erledigt. Richtig. Gut. Gut. Ähm, 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 ähm. Warte mal, wo war jetzt hier noch dieser eine Chaoslauf? Ich glaube, der war hier oben. Ich glaube, das müsste der hier oben gewesen sein. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Ich... Was ist denn da jetzt auf der Karte? Oh. Wird bei dir auch noch so ein, äh, 4X-Punkt angezeigt auf der Karte? Nö. Doch. Das rote, ne? Ja. Äh. Ich hab keine Ahnung, was das ist. So, ich werde nochmal so ein paar Datensammlungen mitnehmen. Ich werde nicht auf dem Weg gehen. Hui. Yay. Yay. Ach guck mal, den hier zoomen können wir auch dann noch mitnehmen. Und dann haben wir ja soweit dann heute schon mal wieder einiges geschafft. Ja. Ah, ich bin dran vorbeigelaufen. Friendly Fire! Was willst du beim Friendly Fire? Freundlich feiern. Oh. Dann grüß mal zurück. Ich wollte auch dann mal später feuern. Also, ne? Ich will jetzt hören, was diese anderen Skins auch von dem Dust, von Dubstep Gun sind. Dann mach das mal. Das werde ich dann vielleicht später noch mal eine Aufnahme zeigen, weil du nimmst ja nicht auf. Nee. Was eigentlich sehr schade ist. Kann sein. Ja. Oh Gott, aber nicht jetzt gespannt. So. What the fuck? Die war halt ich. Die ist zu gut. Hm. Ich weiß gar nicht, hörst du die Musik dann auch? Wenn du bei mir in der Nähe bist, ja, höre ich. Oh. Aber das war kein Chaoslauf. Ach, scheiße, der Chaoslauf ist hier unten. Oh Gott. Oh, unten. Ja, ich bin genau in die komplett falsche Richtung gelatscht. Nein. Nein. Naja, hey, komm, so sehen wir noch was von der Karte. Yeah. So kann es auch sehen. Und dann kann man hier noch so ein paar Datenfragmentolinos mitnehmen. Huch. Also, das passt doch richtig gut. Also, wenn man sich selbst verläuft, ähm, kann man hier noch so ein paar Sachen mitnehmen, ne? Huch. Ich sammle mehr. Ist mir doch wurscht. Weil ich es kann. Ich bin da. Ja, dann starte. Yeah. Was war das gerade? Ich hab' ich gekratzt. Aha. Bin dann's mit Kuh gekommen. Das ist schlecht. Drei, zwei, eins, zwei. Ey. Fragen wir erstmal Leute umrennen. Ja. Halt kaputt machen. Ey. Ja, super. Dankeschön. Was ist denn da passiert? Du sollst, wenn die Leute treffen, nicht deinen eigenen Mitspieler. Mit einem Auto, ne? Ich war vor dir. Wie kann ich dich da treffen? Du warst die ganze Zeit hinter mir. Bei mir nicht. Oh, das gab'n schönen Frame-Einbruch bei mir mal wieder. Schön. Ist alles Zirusschuld. Ist alles Zirusschuld. Ist alles Zirusschuld. Ja, ja. Gebt nur mir die Schuld. Alles Zirusschuld. Das Einziger für du mir die Schuld geben kannst, ist, dass wir kein Donkey Kong spielen. Ja, da bin ich auch froh drüber, dass das derzeit erstmal an der Seite gepackt ist. Wieke fette Äffen. Da. Wir haben Gold. Sind sie glücklich, Madame? Ja. Gut. Das war aber nur mal das erste, ne? Also, genau. Goldmedaillen beim Chaoslauf und Silbermedaillen auch. Das gibt's nicht. Das ist Oktoberfest. Jetzt ist die Energie leer. Scheiße. Oh, Mann. Oh nein, doch. Wollen wir noch einen Versicherungsbetrug machen? Ach, du. Ich bin kaputt. Gut. Dann, äh. Ja, sorry, ich weiß, ich bin immer die Spaßbremse, aber ich arbeite halt 7 Stunden und das von 4 Uhr morgens muss ich dann immer auflösen und ich wette immer gerade und den Kegel und so. Zero, bedenke mal bitte, dass ich jetzt auch wieder direkt arbeite. Also, äh. Äh. Ich weiß. Und daher. Also, wir haben zwar jetzt gute anderthalb Stunden aufgenommen, aber dann muss ich gucken, wie ich das dann alles zusammenschneide und so. Äh. Ich weiß. Ist jetzt noch nicht so viel, was wir jetzt wieder haben. Aber wenn's bei dir nicht geht. Äh. Was wollte ich jetzt hier verbessern und kaufen? Und hast es nicht gesehen. Äh. Genau. Erstmal die Enphyromatik. Da machen wir mal die Ladezeit ein bisschen höher. Ich hab das Wichtigste jetzt, fertig. Mehr Ladezeit! Halt! Ich wusste immer, dass Oktoberfestmusik tödlich ist. Aber man hat mir nie geglaubt! Gut. Ja, dann wären wir soweit erstmal durch. Würde ich sagen. Oder wolltest du noch irgendwas Bestimmtes jetzt machen? Oder wie? Oder was? Oder wo? Äh. Ich muss das Ding erstmal wieder voll aufladen lassen. So. Ich hab hier auch noch was. Tschüssi! Easy time. Bitte schön! Oh! Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Den kleinen spaßlichen Schick... Ja. Ich flieg mal eben mit! Tschüssi! Meine Leute brauchen mich! 500 Meter wirst du hochgeflogen! Ja! Leck mich am Arsch! Das ist zu weit! Hallo! Party! Aufladen! Aufladen! Tschüss! Was? Ach! Manu! Meine Leute brauchen mich! Gut Leute! Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession von Saints Row 4 wieder. Mit dem guten Zero und meiner Wenigkeit. Und mal schauen wie das dann alles so weitergeht. Zero, möchtest du zum Schluss noch etwas sagen? Das sagt alles. Okay. Gut Leute! Bis zum nächsten Mal! Tschüssikowski! Tschüssikowski!